so hallo und hallo mal wieder wie ihr seht öffnen wir heute wieder ein paar magic attack extra booster und zwar fünf stück das sind 50 karten und mal versuche weil mir fehlt ja nur noch eine einzige dann habe ich meine sammeln mal vervoll und ich hoffe ja dass ich sie jetzt finden werde aber wenn nicht muss ich ja noch ein paar weitere booster öffnen mich stört das zwar nicht wenn ich weitere booster öffne und magic attack extra aber man möchte dass er so langsam abschließen die sammeln na könnt ihr ja mal posten oder in die kommentare unten reinschreiben ob ihr die auch gesammelt habt oder noch sammelt wie viel euch noch fehlen ganz egal was ihr könnt ihr mir und solltet ihr mir mal alles kommentieren ich lese wirklich gerne eure kommentare mal wieder durch weil das ist ja auch nicht für jedermann gewesen match attack extra match attack ja die bundesliga wollen wir ehrlich sein aber dann noch mal die extras geld ausgeben dann champions league fifa 365 und 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 die euros es kam ja schon jede menge geld zusammen star wars sowieso die man brauchte um seine sammelmappen vollständig zu kriegen deswegen haben wir einige gesagt die extras die wollen sie nicht und wer jetzt gerne erst damit anfangen möchte mit die match attack extra 2015 2016 ich werde immer versuchen unter dem video zu verlinken wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt günstig müsst ihr selber immer schauen das ist schon eine mühsame arbeit wenn man nur eine einzige karte braucht ich will sie noch nicht bestellen oder kaufen weil ich noch einige booster habe deswegen das ist nun der fünfte und letzte booster für heute von match attack extra 2015 2016 kommentiert mir das auch habe ich noch weitere booster vor die kamera öffnen soll ansonsten lasse ich das nämlich und mache meine ganzen booster auf die suche nach die eine karte so das waren sie jetzt wieder alle meine lieblingszeit ist auch fast erreicht meine karte war nicht dabei gewesen und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu